Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich stelle sie besser ins Wasser. Es wurde mir gesagt, dass die Erwartung des ersten Kusses häufig unangenehm ist. Ich wollte nur die Spannung verringern. Das war sehr unsichtig von dir. Was ist mit dem zweiten Kuss? Ich müsste meine Datenbank checken. Womöglich zeigt sie andere. Führungsoffiziere, melden Sie sich auf der Brücke. Das nächste Mal deaktivieren wir das KOM-System. Was ist das? Nach den Tachyon-Emissionen zu urteilen. Eine Art temporale Spalte. Und wie wird diese erzeugt? Genau das möchten wir herausfinden.